Die steinerne Brücke von Avignon, ein Höhepunkt jeder Flusskreuzfahrt auf der Rom. Das Bauwerk, von dem nur vier Bögen übrig sind, trägt den Namen des heiligen Benedikt, der die Einwohner der Stadt mit Wunderkräften von der Notwendigkeit des Baus einer Brücke überzeugte. So lautet zumindest die Legende. Von 1309 bis 1376 residierten die Päpste unter dem Einfluss der französischen Könige statt in Rom, hier in Avignon. Ihr Palast, das größte gotische Gebäude überhaupt, erhebt sich über dem Fluss als geradezu monumentale Demonstration weltlicher Macht und diesseitigen Prunks. Ein Weg der Kirche, der direkt in die Reformation führte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017